Nach einem langen Aufstieg zum Lieblingsplatz und einem weiten Blick über das Panorama, jetzt endlich ein tiefer Griff in den Rucksack. Guten Abend miteinander. Zum Glück gibt es bei Coop wieder eine ganze Reihe von Produkten für die Stärkung und Erfrischung zum Aktionspreis. Unter anderem alle Getränke in diesen 3,3 Deziliter Flaschen. Die Glasflaschen, Sie wissen ja, haben vor einiger Zeit bei Coop Getränkedosen abgelöst, als eine von den Massnahmen, die Coop für eine bessere Umweltverträglichkeit ergriffen hat. Ermutigt worden ist Coop durch eine grosse Umfrage bei den Konsumenten, die sich die meisten in diesem Sinn geäussert haben. Jetzt, knapp ein halbes Jahr später, ist die Umstellung auf Glas praktisch abgeschlossen und Coop freut sich auf weitere Ökoprojekte. Zusammen natürlich mit Ihnen, den Konsumenten. Zum Anfangen ein interessantes Pflanzenangebot. Diverse grünen Pflanzen gibt es bei Coop, das Stück für nur 6,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop, Coop-Bohnenkaffee, Jubilor, 500 Gramm, statt 6,50 nur 5 Franken. Zwei Packungen Arni-Pti-Boer, statt 3,80 nur 2,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Kilo Reginatrauben für nur 1,70. Und zum Schluss nochmal eine erfreuliche Nachricht. Fit, den neuen feinen Brotaufstrich auf der Basis von Butter, gibt es bei Coop zum Probierpreis. Sie sparen also 50 Rappen. Auf Wiedersehen.